Für mich als Account Manager im Channel Sales gilt, Zeit ist Geld. Deshalb habe ich die neue 3er-Serie direkt mit in mein Homeoffice genommen. Dort bereite ich häufig meine Kundentermine vor und muss mich auf sehr gute Druckqualität und zuverlässige Leistungen meines Druckers verlassen können. Für mich sind die 3er-Modelle das Highlight der GoLine-Serie. Sie bieten mir alles, was ich im Homeoffice benötige. Drucken, scannen, kopieren, faxen. Alles in einem Gerät. WLAN out of the box, ein praktischer USB-Port und bis zu 24 gedruckte Seiten in der Minute. Und Duplex-Druck als Standard. Trotz der kleinen Stellfläche besitzt der 3er eine 250-Blatt-Papier-Zuführung zusätzlich zum Einzelblatteinzug. Ich nutze auch gerne die Möglichkeiten des Mobile-Printing. Muss ich schnell mal etwas ausdrucken, muss ich nicht erst den PC hochfahren, sondern kann den Druckjob direkt vor meinem Handy oder per WLAN abschicken. Ich möchte meinen Drucker auch in den stressigsten Situationen einfach und schnell bedienen können. Mit dem Touch-Farbdisplay meines 3ers navigiere ich schnell und sicher durch das selbsterklärende Gerätemenü. Nicht einmal für einen Tonerwechsel benötige ich fremde Hilfe, denn das Gerät zeigt mir Schritt für Schritt in einem Video, was zu tun ist. Also ich bin davon überzeugt, dass sie mit den neuen 3er-Modellen von Lexmark im Homeoffice perfekt ausgestattet sind. Sicherer und zuverlässiger Farbdruck auch für kleinere Arbeitsgruppen. Ein umweltfreundlicher, langlebiger und robuster Allrounder, der hohe Tonerreichweiten garantiert. Der sich nicht nur schnell installieren, sondern auch sehr schnell und einfach in das WLAN einbinden lässt. Probieren Sie es aus und überzeugen Sie sich selbst. Die Geräte gibt es natürlich auch als Mono- und Single-Function-Modelle. Die Lexmark Go-Line. Go for it!